so hallo zusammen jetzt wieder in die vom ekw blog und eigentlich wollte ich heute gar kein video machen aber dann habe ich diesen link hier zugeschickt bekommen zu telltarif.de den link packe ich natürlich auch in die video beschreibung mit rein da könnt ihr das ganze noch mal nachlesen ja ich finde das ganze sehr überraschend und zwar o2 versendet kündigung an unlimited tarifnutzer und die vermutung liegt nahe dass es ein so genannte heavy user geht also diejenigen die den unlimitierten datentarif wirklich sehr sehr exzessiv ausnutzen und danach ist auch keine neubestellung des tarifs möglich ja die kündigungen sind im prinzip verschickt worden am 22. mai müssten also dann heute oder morgen bei den jeweiligen empfängern ankommen rund 3200 kunden sind wohl betroffen falls einer von euch der hier zuschaut davon betroffen ist schreibt mir gerne meinen kommentaren wie viel datenvolumen ihr da verbraucht habt an der stelle und ja das würde mich einfach mal interessieren ja es ist natürlich ein unlimited tarif und deswegen ist natürlich auch sehr überraschend dass der anbieter dann einen entsprechend kündigt wir kennen das früher so aus ja von frien und funk die hatten das ganze mal gemacht wenn man das ganze zu exzessiv genutzt hat allerdings kannte ich das bisher noch nicht bei so den halt hauptanbietern weil die ja im prinzip ja ihren eigenen traffic da ja nicht selber an sich im prinzip zahlen müssen ja es ist leider auch nicht offensichtlich wie viel datenvolumen dann wirklich zu viel sein könnte aber anscheinend ist es so dass sich o2 sagt von diesen 3200 kunden trennen wir uns es ist keine außerordentliche kündigung sondern es ist eine ordentliche kündigung das heißt die mindestvertragslaufzeit ist einfach mal abgelaufen und dann kann wie ich jetzt dann kündigen kann beim anbieter kann auch der anbieter sagen nein mit dir wollen wir jetzt erst mal nichts mehr zu tun haben hier unten steht dann noch möglicherweise handelt es sich da um heavy user also falls ihr da irgendwelche hinweise habt dann gerne in den kommentaren und ja neubestellung ist dann ebenfalls nicht möglich interessanterweise wird dann halt ein dsl ersatz tarif angeboten beziehungsweise nahegelegt und das spricht schon so ein bisschen dafür dass das leute betrifft die den tarif hat wirklich als dsl ersatz verwendet haben und nicht nur als dsl ersatz sondern wirklich sehr sehr intensiv ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass man da irgendwie wegen 1000 gb oder vielleicht 2000 gb gekündigt wird bei o2 da denke ich muss man schon ein bisschen mehr verbrauchen weil ich hatte ja hier auch schon mal so ein o2 prepaid max tarif mit 999 gb gibt es ja hier auch für knappe 70 euro alle vier wochen und ja bei diesem tarif da ist zum beispiel klar ich kann so viel datenvolumen verbrauchen und das ist einfach der preis und dann werde ich auch entsprechend nicht gekündigt bei unlimited tarifen ist es immer so eine sache die heißen zwar immer unlimited aber wieder der anbieter damit am ende umgeht oder was dann intern das maximum für unlimitiert ist das steht dann in den sternen ja nicht ist mir als auch nicht klar beziehungsweise gibt es auch im artikel nicht hervor ob da vielleicht kunden dabei sind die entsprechend rabatte hier auch bekommen die dann für so ein unlimited max dann eben nur knappe 30 euro zahlen unlimitiertes internet haben und dann ordentlich daten über die leitung drüber bügeln und dass o2 dann halt sagt naja du besorg dir einfach mal dsl anschluss an der stelle das ist dann für beide seiten am ende besser ja interessant finde ich das bloß noch unter dem gesichtspunkt dass ich war ja letzte woche auf der telefonika hauptversammlung in münchen und da wurde eine sache ganz besonders gelobt und zwar internet zu hause und zwar bietet jetzt hier verschiedene optionen für internet zu hause an und da wurde sehr gelobt dass das ganze eben technologie offen ist das heißt ich kann bei o2 einen home tarif im prinzip buchen und mir selber dann aussuchen ob ich das ganze über dsl kabel glasfaser oder lte und 5g haben möchte weil kann ja auch sein dass ich vielleicht schlechtes dsl habe aber gutes 5g kabel ist ausgebaut oder nicht oder vielleicht habe ich sogar glasfaser und hier ist natürlich dann schon interessant wenn ich mich jetzt hier für die 5g option entscheide da habe ich ja im prinzip auch unlimitiertes datenvolumen für den entsprechenden preis hier der auch gar nicht so teuer ist ja kann es dann mich ebenfalls betreffen wenn ich das ganze dann wirklich als festnetzersatz verwende und dafür ist es ja da dass ich dann ebenfalls gekündigt werde am ende ja insgesamt ist es denke ich keine schöne sache wenn der anbieter da ein unlimited kündigt kann er natürlich machen das sind ja ordentliche kündigungen aber ich finde das immer so ein bisschen blöd wenn da an unlimitiert flat rate genannt wird aber dann doch irgendwo im hintergrund ein limit existiert von dem ich nicht weiß und ehrlich gesagt dann habe ich lieber kein unlimited und lieber gesagt du hast jetzt hier irgendwie ein terabyte im monat oder sowas dann ist es einfach eine zahl mit der kann ich dann arbeiten da kann ich dann sicher sein dass ich da nicht entsprechend gekündigt werde oder zwei terabyte oder drei terabyte ja das ist zumindest meine meinung also falls jemand betroffen ist würde mich sehr sehr interessieren und schreibt mir ja gerne was ihr davon haltet von dieser ganzen aktion in diesem sinne sage ich tschüss und auf wiedersehen euer handy vom ikimi blog